Hey, keine Ahnung, ich will jetzt, ich will, dass die niemals endet. Ja. Wo ist denn die Müllkiste? Ähm, wir haben keine Müllkiste. Ja, ich hab hier so eine Provision. Ey, hier sind ja noch mehr Apricorns drin in der Kiste hier. Ja, die sind umgekocht. Ich komm dir an, wenn man dir weckt. Ich nicht. Oh, ein Ekans. Ha, rückwärts gelesen. Oh mein Gott, ich weiß, was du meinst. Wie kreativ. Weinwhippin, Junge. Ach, ich kann doch Takedown machen, ne? Aber jetzt ist mein Ekans feintet. Ah, okay. Und das nächste Ekans ist dran. Wie ist das? Nicht da. Noll. Ah, doch, jetzt hier. Nischete, the battle fight. Takedown. Boah, Junge, mit einem Schlag weg und mein Dingens hat ein Level abbekommen. Junge, ich hab die übertriebenes... Ich mach hier die ganze Zeit voll die Action. So. Premier Ball hole ich mir jetzt. Ja, ich find die richtig gut. Premier Ball. Oh, Junge. Du musst richtig aufpassen, wenn du durchs Wasser schwimmst, dass dich da kein Pokémon attackiert. Weil dann gehst du unter, ne? Du bist ja schon draufgegangen, deswegen. Oder? Ja. Das ist richtig kacke. Ich wollte nämlich gerade hier rüberschwimmen. So viele von diesen Fischen, ne? Boah, hier sind drei so diese Bären nebeneinander. Der Ball geben. Was ist denn ein Level Ball? Keine Ahnung. Wenn du dein Tier leveln willst, äh, dein Pokémon leveln willst, brauchst du einen Sonderbombom. Dafür brauchst du einen goldenen Apfel, Zucker und irgendwie Goldstone Dust. Warte mal. Level Ball Pokémon. Level Ball used to catch Pokémon at a lower level. Blah, blah. So. Moon Ball. Heavy Ball. Heavy Ball. Heavy Ball. Das ist so heavy! da ist noch mehr und vor allem sehen was da wohl und das geboren wurde jetzt noch gucken genau interessiert mir Und was macht der Premier Ball so? Es hat die gleiche Catrate als die regularer Pokéball. Aber es sieht cooler. Ich habe meine Luxury Ball. Luxury Ball. Luxury Ball. Und es ist der fancieste. Aber es ist das gleiche als die normaler Pokéball in terms der Success-Rate. Alter! Oh, ich dachte, der Premier Ball wäre voll nice. Aber ich glaube, dann ist der Ultra Ball der Beste. Aber der hat nicht hundertprozentige Chancen. Und so. Habe ich mich jetzt schon wieder verirrt? Gold ist schwarz, geld, schwarz. Mach ich eben. Ich dachte, da wären zwei von diesen Tree-Leaf-Starts nebeneinander. Oh Gott, es wird dunkel. Ich bin auf dem Weg. Ich habe ein paar Bären gesammelt. Jetzt einfach noch ein bisschen Bottle in den Ofen. Ein paar mehr Iron-Discs. So. Iron-Disc. Die Iron-Disc. Oder bin ich schon wieder zu weit gelaufen? Weil hier ist schon wieder Flatlands. Wo die Sands Minimap. Was? Wo die Sands Minimap. Und was ist da? Ja, aber dann leck ich total. Aber die ist echt, echt hilfreich. Da würde ich dir sagen, dann würde ich dir eher so warten, für einen anderen Bop zu kicken. So, nee. Kann mach ich. Neeee. Du meinst? Mööööööööööööööö. Ech glaub, die Leaf-Dinger, die wachsen wirklich. Und diese roten Teile... Äh, diese Minibäume auch. Ich mach hier grad fett die Ultra-Bälle. Da hinten ist ein Kadavra bei uns im Haus. Einziges Ultra-Ball-Ding bekommen von dem Ding. Was hast du bekommen? Nein, ein einziges Ultra-Ball-Ding. Manchmal dreigen wir bei den anderen Wellen. Das heißt, er ist wirklich ein guter. Muss wohl sein. Was kann ich jetzt noch für einen Teil machen? Ball! Ball! Netball! Nestball! Timerball! Repeatball! Fastball! Heavyball! Ultraball! Levelball! Moomba! Fanball! Nestball! T-T Sage malhain, nachdem ich die Kommentare Tudoom ne Rule! Wie die Leute, die den Mod gemacht haben, müssen euer übelste Suchter gewesen sein. Kann das sein. hält Archie alsoin Pokémon-Sucht? Ok, der Great Ball ist gut, da hat 50% mehr Chance. Bin ich dabei? Great. Blau, oh Mann, oh Mann, ich mach mal ein paar Great Balls, ne? Das geht ziemlich ab. Was haben die denn für Genre genau? Ihr könnt 8 Great Balls machen. Nice. So, was mach ich denn jetzt für einen? Ich mach ihn ganz normal. Ich lass den mal ein paar hier. Hast du ein Ultra Balls gemacht? Hm? Ne, der darf ja welche Zutaten hier schon nehmen. Ich mach da einen Fast Ball. Können wir nicht. Wieso? Ich hab kein Rot. Wird alle benutzt. Aber da sind noch zwei Omega Ball drin, ne? Da sind schon zwei Nitz drin, die du noch hämmern musst. Ich will aber ein Ding hinzu. Hier ist ein Kadabra gleich bei uns vor der Tür. Was? Kadabra. Guck mal, der vierte Schwanz von dem. Oh, Junge, geht der ab, ey. Ey, ey, ey. Na? Ey, hier draußen die Spinne. Da bist du der. Die hat mich attackiert, ich muss hier rein. Junge, ich brauch mal ein Schwert wieder. Und Food, Junge. Ich bin total am abkratzen. Ich bin sehr auf die Pokémon fokussiert. Ja, Food ist wirklich wichtig. Wir müssen dann wieder auf den Schlag gehen. Ist auch so. Oder einfach viel Weizen anbauen. Und, äh, da. Eins, zwei. Habe ich Glück gehabt? Äh, was wollte ich suchen? Ach ja, rot. Wieso haben wir eigentlich noch keine Mob-Damage ausgemacht? Ich weiß nicht. Aber ich muss ja eigentlich gar nicht mehr mit. Das war ja schon ein Riesenloch. Wo ich die ganzen Bäume da fähre. Ey. Ich bin da mit dem Ambos echt neils gemacht. Ist und, äh, dieses Traumfrauen. Weißt du, und von Mojang, da machst du, kommt nur der Ton, tin, 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 fähigst. So, jetzt mach ich, jetzt hab ich hier ein paar Borgs. Ah, got Borgs, ja. Bitch! Jetzt hab ich betrieblich viele Welle. Gut, hallo. 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 Was machst du gerade? Creeper hochjagen. Warum? Weil die alle auf mich zurennen. Und jetzt haben wir schon total viele Löcher hier. Ja. Müsst das mal aussch... Oh. Keine Spielregel. Vorhanden. Oh. Ja, hallo. Mach ich jetzt raus. Awesome. Ich bin mal 17 Uhr. Oh geil, genau was ich brauch. Ich bin 17, oder? So, sollen wir gleich mal die Aufnahme beenden. Was? Joa. Können wir nicht bringen. Oh. Ja. Ich würde auch nicht so gern stoppen. Aber wenn mein Computer im Bau... Muss mal mit Pause gehört werden. So. Ehh. Oh Gott. Oh Gott. Ehh, zack. Wo haben wir den? Wo haben wir den? Wo haben wir den? Oh, haben wir gar nicht. Dann setzen wir das da hin und... Und... Der da. Das schafft er nicht. Ja Mann, ich hab das Kadabra gefangen. Echt? Ja. Junge. Gratulere. Ohne meinen Master Ball zu benutzen. Mhm. Nur mit einem Great Ball. Nice. Wo hast du dir gerade so weitergebracht? Versehentlich. Vor allem schon zum zweiten Mal. Hast du mal ne Fackel? Ich hab keine. Wo hinten damit? Hier hinten? Hier hinten? Ehh. Ehh. Irgendwo damit hier hell wird. Gott. Ich hab den... Ohne. Man braucht zwei rote und einen gelben. Ich hab's genau falsch rum gemacht. In Person noch. Was ist das? Gerade hier hat man getroffen. Und Scherve. Eine- Wer ist das, Builder? Einmal? Wenn ihr gut kennt's dir ist ja.. Bei mir geht's einfach klar. Also du dai bist doch bei mir. Wir werden auf der Suche nach einem W다른stown nehmen Mira. Ja, precis ist es zu Hémos. und sind jetzt hier das Boko Bühne nach hier und wir wollen uns immer wieder morgen Wauw ich hasse Dome ich hasse Dome wirklich Dome ist so ne und ich hab einen Ultrawall noch nicht ganz fertig mit schwarz-gelb schwarz ach, einen Knopf brauch ich noch den liebsten Ort find ich echt dieser Koffer ach, jetzt hab ich einen Ultrawall den muss ich richtig gut verwenden, Junge, ich will einen Gardos haben ich suche mir jetzt einen Gardos ich hab auch einen Ultrawall oh, wer ist er denn? meinst du diese Mini-Hunde? die so... noch mal einen Screenshot noch mal einen Screenshot die sehen so aus wie Tiger aber sie sind Feuer was? ich freu mich hier einfach mit dem Ultrawall so kleine, so kleine pumpzige so, so, viereckige Blumenfecher was? da sind so viele Rättchen als Ohren ich nehm mal eben ein Friendball von uns, ne? wo fährst du ein Friendball, aber gut weiß ich nicht, aber ich will diesen Tier fahren und ich werfe jetzt einfach den Ball auf ihn ich sag's ja, es wird klappen weil der so freundlich aussieht und 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 er wackelt ja komm schon dann kann ich dir den zeigen oh nein! oh nein! ich hol direkt den nächsten Ball achso, ich crafte nur mal eben einen weil ich kann den nicht verletzen, der ist mit einem Schlachtuch der ist ja nur Level 6 ey, wie... oh, der ist gleich tot, der ist ja nur Level 6 nein, ich hab' gesagt, ich kann den nicht äh... ja, ich weiß, aber trotzdem ähm... süß! das stinkt! ach... den Pokémon im richtigen, der diebt man so was ja gar nicht, diese, die lewerte! ey, ich bin doch voll gelostet, ja ich hab' unbedingt so'n kleinen Pussy bin, Junge, Junge so'n süßen, fröhlichen Hosenmatz wow! Arbok, Junge, Arbok, wow! die b-b-b-b-battlen sich hier! echt? Arbok und Esnag, äh, Kasnene Exna keine Ahnung nein, Arbok! nein, Level 29, nein! Run! wieso funktioniert Run nicht? ok, komm, bitte, 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 bitte komm, 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 komm nein! du! wieso? ich muss ihn haben äh... bestimmt gibt's doch irgendwie einen, der so aussieht zack so, so, so so, so Hm 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 Was ist denn da? Ich habe auch kein Rotor Stone. Nicht? Ja. Ich muss gut so gucken. Die leuchten aber immer so ein bisschen. Die haben nicht so einen großen Radius wie andere leuchtende Sachen. Boah, jetzt wird der gefangen. Oh nein, die muss ich auch noch machen, ne? Achso, dauert schon lange, um so einen Pokoball zu machen. Ja, ne? Wobei du mal in dem Spiel findest du die einfach. Habe ich den nicht noch zurückgegeben? Mir? Ja. Nö. Doch, die gibt es noch einen Superball-Witz. Achso, hier kann sein, aber die habe ich noch nicht gemacht. Ich denke sogar, ist das denn für einen Pokémon, da war es einfach ein Schwabisch. Boah, Junge, hört sich ja voll special aus, ey. Wow. Haben wir noch nie gesehen. So, wo ist der hin? Ich habe drei Friendballs gemacht, Junge. Der muss gefangen werden. Oh, wo ist er hin? Der ist noch nicht weggegangen, oder? Ja. Ja. Ich möchte auch so einen knüpfigen Tutsi haben. Oh, wie ist er? Hättest du den Masterballer für mich gezahlt. Junge, ich habe einen Ultraball dabei, die ganze Zeit. Ich hätte dieses Viech schon die ganze Zeit fangen können, aber Level 6 ist es nur. Ich glaube, warum bin ich auf der Suche nach diesem Viech, ja. Junge, das ist, ich glaube, es ist verschwunden. Oh, hier sind wir gleich wieder. Ey, da ist gerade wieder ein Trainer einfach bei uns reingelaufen. Ja, okay, noch steht er davor. Die sind noch ein bisschen, die sind noch ein bisschen hier. Hausfriedensbuch und so, lass uns mal anzeigen. Ja, aber das geht hier nicht so leicht. Kennt ihr, ob ich bin? Ja, wahnsinnig. Die alten neuen Trainer halten sich für das Beste, das ist nur, weil wir hier ihre komischen Burg gemacht haben, ey. Mhm. Wo ist er hin? Wo ist der? Das ist so eine süße Armee machen. Ja, ne? Knuffi-Armee. Das ist die Knuff-Armee. Damn. Damn right. Was ist das denn? Ein Tangela? Ach, die kenne ich noch. Die fand ich damals nur voll kacke. Ja, meinen Sie die? Tangela, Tangela, Tangela. Ahhhh. 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 Noch mehr Leafstone, oh, Wahnsinn. Und ne blaue. Ich hab schon den Apricorn in den Eis gefahren. Nein! Mein Apricorn ist runtergefallen in die Riesen-Schlopft hier. Ey, ich fang mir jetzt einen Trainer. Stimmt, wo das ging. Na, der ist ein süßes Rucki. Ich will diesen Hund, aber er ist weg. Der ist verschwunden. Dieses Blattbruch immer wieder. Vielleicht war es ja auch nur ein normaler Hund. Nein, nein, war es nicht. Ich zerstöre deine Illusionen, meine ich. Ich komm auch mal zu futtern, ne. Das ist so... Das gerät ja auch mehr an Vergessenheit. Ist auch so. Mein Kadaver hatte keine Chance. Das ist unglaublich so. Denk ich, der Aura hatte keine Chance? Nein, Kadaver hatte keine Chance. Das ist doch gar nicht möglich. Ja. Was ist das denn? Ey, ich habe jetzt auf der Ewigkeit kein Pokémon mehr gesehen. Ey, das ist jetzt richtig peinlich. Ja. Richtig krass, aber was ist das denn? Das war ein Holzstamm. Oh Gott, was für ein interessantes Pokémon. Diese interessante Maserung, das tat sich bestimmt. Ist so, nein. Ich dachte, da waren so Grashalme vorher, die so eine Form gebildet haben. Und ich dachte so, was ist das denn für ein Pokémon? Was ist das denn jetzt vor 30 Sekunden auch passiert? Ey, und by the way, hinter unserem Haus, hinter unserem Hügel. Hier sind so um die 20 roten Blumen. Du hättest gar nicht weit laufen. Toll. Ja. Ey, und ich fange jetzt auch einen Schwein in einen Pokéball. Ich will jetzt einfach nur noch meinen Amt auf dem Schein. Irgendeinen Pokémon finden, muss ich sagen. Ich will es nämlich mal in gar keinen zu meinen in mir. Ey, frag mich, ob man einfach so einen Pokéball schmeißen kann. Und der Mann den dann wiederkriegt. Er ist dann weg. Was? Er ist dann, glaube ich, weg. Soll ich es mal testen? Kannst du machen. Ich will die ja nicht verschwenden. Oh, hier liegt schon wieder einfach so Rindfleisch. Aber sich hat unser Kuhfeature da getötet. Ach, diese Mehl-Tanks? Na, genau. Die sind eh die komisch sind. Ich bin schon wieder voll weg. Ich bleibe direkt von zu Hause zur Nacht. Wird der echt schon dunkel? Ja, es ist hier aber endlich so ein Fisch. Ich bin immer mit einem Pokémon, Mann. Ich finde gerade kein einziges Pokémon. Keins. Wir finden die einfacher, wenn wir ein bisschen mehr Deforestation machen. Wahnsinn. Ich bin schon wieder im Swarm. Ich bin jetzt schon ein paar Mal im Kreis gelaufen. Mal was nach Hause. Mal die andere Gerichte erfahren. Ich würde sagen, jetzt beenden wir erstmal die Aufnahme. Ich komme eben nach Hause. Ja, das würde ich auch noch sagen. Kann doch noch viel anziehen. Was? Ach nee, ich dachte gerade, da hinten wäre der gewesen. War der Manns? Nee, es war... Ein Busch. Nein, das war so ein... Wie heißen diese Platscherdinger? Vielleicht heißen die ja wirklich Platscher. Was ist das denn hier? Makuna. Oh. Und hier ist so ein fetter Volto-Dings. Und hier ist, glaube ich, die Entwicklung von Manki. Manki. Jo. Manki. Manki. Ey, stell dir vor. Du fängst auf Pokémon und denkst so, oh hast du nicht gefangen. Wegen so einem Bug erscheint es wieder. Oder hast du die ganze Zeit in der linken Leiste das Pokémon. Oh, Mann. Wow, wie witzig. Ja, ne? Oh. Oh, 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 oh. So, ich bin alright. Ich fahre nach Hause. Mein Fußball ist fast leer, ich kann gleich nicht mehr sprinten. Oh, mein Gott. Ja, du, 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 du. Äh. Genau, 180 Meter. Nice. Tschuu, tschuu. Wieso haben wir eigentlich von allem so viel? Wir haben zu wenig Kohle. Noch geht. Och ne! Rette mich, Jill! Nein! Kann man schon auf drei Herzen nicht mehr rennen? Blutbarrieren? Komm nicht. Oh oh! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ein Kakuna! Ein Kakuna! Dun 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Noch ein paar Meter! Oh mein Gott! Und welche Seite kommt's hin? Ja! Du hast noch ein paar Feile! Ein paar Pfeile stecken noch in dir, aber sonst ist alles so P2P. Ich hab ne giftiger Kartoffel, da weiß ich erst mal rein. Ich glaub ich hab meinen Kartoffel aufgenommen. Was? Mein Kartoffel passt ziemlich sinnlos. Ist das so? Das ist so. Ich hab ein paar Apple-Rones. Hey, du hättest dich auch, wie hat man so ne Arena, wo wir gegeneinander battlen, ne? Ja. Lass mal irgendwann so in ne Arena und dann jeder steht auf einer Seite und schmeißt sein Pokémon. Oh mein Gott und dann wahnsinnige X. Gib mir auch mal so ein Essen, ich brauch auch Food. Lass dich essen eben kurz kurz. Ich ess ja die Partikel. Alles hab ich noch. Danke. Der Signal reicht. So, dann beenden wir mal die Aufnahme. Leider. Moment. Du hast noch immer so'n Pfeil da in deinem Kopf stehen, den sieht man jetzt grad sehr gut auf der Kamera. Ich hab den zweiten Leakstone gemacht. Den Leakstone gemacht. So. Nice. Okay. Oh hey. Hallo. Hi. Willkommen zur nächsten Episode. Haha. Nein, okay. Dann. Tschüss. 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 Everybody crazy? So. Outro